07.000.000.000.000.000.000.000.000 keinn MBK, dauernd DekkiQuad noch! Ich flash ihn mal, MBK rücken! Hihiii! Das kannst du dir dann später gönnen und jetzt willst du noch annehmen wenn es geht Venom? Ich habe angenommen schon. Ich sehe aber bei mir im Helper, dass du noch fehlst. Ach quatsch Alter du lügst? Refresh mal. Faceit Enhancer auch an deswegen. Ja das ist vielleicht bugbar wie das Auto Accept. Ja jetzt ging es. Danke. Ernsthaft? Ja, danke. Ah Gott krass. Das ist mir jetzt peinlich. Woher kommt der Farst bitte? Was ist das für ein Land? Erwähnung ganz kurz unter uns. Ihr habt dich verhascht. Ah dankeschön. Das war gut. Danke ich hörts auch gut an. Ey du hast so süß eingelenkt. Ach man nein. Ich kann eigentlich Hunden spielen und gleichzeitig kommentieren. Du hast auch was gesagt. So wenig ernst nimmt er sie Alter. Ey. Nur wegen den Locken. So will ich ja. Stark Alter stark. Willige Jokes gefallen. Wie schön gut. Guter Doppeljob. Ja. Ey nein. Ey. Ey. Ey ich bin gebrochen. Ey ich bin. 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 Ey jetzt hab ich diese. Fakinen Scheiße. Nein. Es musste schneller gehen. Was soll ich sagen. Er hat den Monster Truck auf einmal. Er hat den Monster Truck auf einmal. Im Holz holt wahrscheinlich der Don nur einiges. Die Katze habe ich jetzt leider. Die Katze braucht kein Mensch. Hahaha. Dann pack ich sie zu Don ne. Weil da passt sie ja dann hin. Hahaha. Hahahaha. 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 Komm gib sie mir. Ja. Gib her. Ja nice. Danke. Sie hat nass gemacht und sie lacht sich so tot. Eine Sekunde später. Ich nehme ihre Klamotten und habe sie einfach in den Pool geschmissen. Hahahaha. Und dann habe ich gelacht. Dann hat sie angefangen übertrieben laut zu weinen. Ey schaut euch diese Wasserbehälter an. Ey ich gebe. Ey. Ich war das nicht. Ey ich. Ne. Ich dreh hier am Rad. Beide Behälter leer. Und ich nippel hier fast ab. Willst du meine Wasserflasche haben? Jaja. Ich mach grad noch Flossen. Dann können wir alle drauf. Ey Fake Don. Du machst die zum ersten Mal nützlich seit drei Tagen. Hahaha. 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 Ey was. Hallo Tom. Hallo. Hallo. Ja. Ich gucke hier drauf. Er ist noch motiviert am Schlappern. Hahaha. Neiko bist du es? Uuuhh. Neiko. Nein. Hahaha. 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 Ach Junge. Bisschen Eier. Ist immer gern gesehen eigentlich. Oh ich stehe an der Scheißbank. Kann. Kann das auch nichts tun. Hahaha. Ja du wurdest auch achtmal von uns. Hahaha. Hahaha. Ist mir dann auch noch mit rumgekommen. Ich sehe Tom mal aus der blind in der Ecke. Das dachte ich erst. Aber dann. Ich dachte erst mal wär's der blind. Dann hab ich gesehen. Es ist okay. Ist einfach ein alter Mann der sich auf der Bank ausruhen. Hahaha. Ich muss ehrlich zugeben. Bisher war noch kein krasser Frank dabei. Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Also ich wollte das jetzt nicht eigentlich öffentlich machen. Aber Knochen meinte vorher auch wenn ich ein bisschen hypen könnte. Wenn der Franks macht. So für ein Movie. Damit er das so ein bisschen wie Crowdatmos macht kann. Hanna Tür. Kannst du diesen Chat-Lock bitte veröffentlichen? Hahaha. Gerne. Gerne. Gib mir einen Moment. Hahaha. Hahaha. Guck. Hahaha. Hanna. Ich bin kritisch. Hallo. Wir müssen Goku gleich retzen. Und zur Mundbeatmung muss dann der Don übernehmen. Ja. Mach das mal dann. Hahaha. 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 Haha. Hahaha. 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 Ich würde eh schon immer mal ein richtiger Lippen küschen. Mehr Eigentümer hättest du dir nicht gönnen können. Ich weiß nämlich wie Don aussieht. Ich hab's hier wirklich nur mit Dieben zu tun. Dieben und Elstern. Ich bin Tüter. Was sagt der Rest? Auf gute Laune kann ich dich gut vögeln. Man muss richtig Hass mit der Masse. Kein Bock schon wieder einen Tolker zu denken. Ich glaub wir sind so weit gedingst, dass du wirklich nächstes Mal dran denkst und dir die Lanze abschmiert. Abschmiert. Ich lass dich vielleicht einschmieren, aber abschmieren läuft da gar nicht drin. Mein Schritt hat ein vorzügliches Betriebssystem. Das schmiert nix ab. Immer Fastboot. Linus. Linus. Bruder Scheller als SSD das Gerät. Oh Mann. Nein, das ist wirklich toll. Ganz fucked up. Alter SSD. Danke. Ja! 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 Das war mir gleich.